Wo ich herkomme, da war man wehr, wenn man den Mumm hatte, sich zu nehmen, was man will. Das musst du mir erklären, mein Sohn. Worauf willst du hinaus? Meine Mutter möchte, dass ich mit ihnen über einen anständigen Job rede, aber ich brauche echte Kohle, also bringt das nichts. Mafia, gehörst du dazu, bist du fein raus. Leg dich mit ihr an und du bist tot. Er teilt ihnen eine Lektion, aber so, dass sie morgen noch zur Arbeit gehen können. Verstehst du, was ich meine? Und wenn einer den Helden spielen will? Wir haben alle eben umdisponiert, Jungs. Ach ja? Was soll das heißen? Wir spielen eine Runde Baseball.